Erstmal bin ich froh, hier zu sein. Recht herzliches Dankeschön an den ganzen Verein. Das Training war super, ich fühle mich gut, schmerzfrei. In der Fitness muss ich noch ein bisschen arbeiten, aber das ist normal noch so eine lange Verletzungszeit. Ich bin guter Dinger, es hat Spaß gemacht heute, mit den Jungs war alles super und ich bin guter Dinger für die Zukunft. Ich habe mir vorgenommen, dass ich viel spielen werde, der Mannschaft helfen werde, mit meinen ganzen Fähigkeiten alles für den Verein zu geben, da es auch ein traditioneller Verein ist und ich mich da sehr gut identifizieren kann mit sowas und es viel Bedeutung hat, drei Punkte im Heimstand hinzulassen. Anfangszeit war es ein bisschen schwer, wie ich das so ein bisschen mitbekommen habe, aber ich denke, die Jungs haben sich sehr gut gefangen, hat natürlich eine gewisse Zeit gebraucht, bis die Automatismen da sind. Der Trainer hat alles super im Griff und der ganze Umgang miteinander ist alles positiv und ich bin wie gesagt glücklich, hier zu sein und ein Teil davon zu sein. Willkommen in der lautesten Baustelle der Pfecherstadt. Jetzt geht es erst so richtig los. Eintracht Braunschweig, Fortuna Köln, der FC Kaiserslautern, der VfL Osnabrück, VfA, Hansa Rostock, Unterhaching, der SV Meppen, Groß Asbach, Halle. Zehn Spiele sehen, acht Spiele bezahlen. Sichert ihr jetzt die Rückrundendauerkarte auf ksc.de. Wir sehen uns im Wildpark. Wir sehen uns im Wildpark.